hallo und herzlich willkommen zum zweiten part 1.18 wir sind bestrandet einfach uns also ich und wir tun hier ja sozusagen überleben machen wir trauen viel wollen auch sozial sein mit wocht bewohnt und das wir einfach auch gut wir haben jetzt ein bisschen irgendwo rund angewiesen gleich noch ich kann mich auch nicht punkt tm und wie sollen wir jetzt das danach also einen schon rausnehmen bisschen platz haben ok das war eine schlechte idee also nicht unbedingt irgendwo reinschwingen noch mehr erkunden bis es umgeht weil so ertrinken das ist echt qualvoll also wenn ihr jetzt wirklich in minecraft leben wollt vielleicht schaut es minecraft einfach aus aber wir leben natürlich ich schaue auch das also erste challenge ist ja eines dieser ohne peak ist eines außerhalb nicht die da bewegt so ein biome und dann dort egal wie hässlich das biome ist ok dann sind wir schon ein bisschen höher jetzt gehen wir einfach in die richtung wissen sind im moment keine minime noch weil das ist verbuggt es steht immer wieder ich brauche die richtige version aber ich habe die neue version also ich habe die version die angezeigt wird die 1.1 und ich habe die alte auch schon verwendet und trotzdem startet minecraft nicht mit gut kann ich rein also habe ich einfach rausgewogen also sobald das eigentlich dann geupdatet wurde wieder gehts dann ähm ja mit mod also einfach ob man benutzt äh ja so mini-map-mods also sehen zum beispiel ob der block da ist oder lsts edit und ab jetzt auch andere informatio auch andere informatio bei 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 jetzt sollte eigentlich die keine ahnung finde das schild vielleicht finden wir ja so ein wenn ich da DaVinci Resolve kann ich ja dann manche spiele sind echt langweilig aber gut ihr könnt immer alle sie beschwingen was aber nur schauen also eben so zehn minuten weniger als zehn minuten dann ist natürlich ein guter weil es dann nicht verpasst ich schaue die letzte Phase Parts hier ist es sicher ja wir müssen vielleicht sehen wir auch zu äh bisschen da runter vielleicht haben wir uns auch bei uns nicht gelaufen wird die richtung sicher sonst klauen wir uns ab also wir sind hier bei 1050 700 ok dann kommen wir uns einfach mal ok was da ist hier oben einfach wappen äh in ja so ein ansammlung eigentlich kommen wir ich freue mich so hineinköp zu spielen ok das haben wir gleich aber ouch cargo pass ein bisschen besser auf beat damage bitte nichts hier war ja der Stein hat das hallo eieieieiei ey das ist die Ich glaube, es war hier. Okay, dann graben wir uns. Ich bin hier. 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 seien das da ja wo zwei dann ja man und aber leider an böser zu 2.0 ja eine 2.0 1.0 1.0 1.0 also Monster können bei Männlichkeiten und so nein von äh von 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 so viele höhen ich weiß gar nicht wo ich hin soll und das macht einfach nicht böse aber die sind so ich finde das doof dass man nicht schlägt wenn man nicht von 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 den von 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 irgendwelche um mit dem schwert graben vielleicht finden jetzt auch die habe ich orientierung also auch hier glaube ich ich sollte vielleicht auch ein bisschen zeigen also so unbedingt ich hoffe ihr habt trotzdem Sinn und eben wenn ihr keinen Spaß habt wenn ihr irgendwie einen Spaß macht einfach eh mal streiken kann ich mich befestigen sonst kann ich mich nicht aufbringen ich kümmere mich immer dass ich nicht so werde aber natürlich auch für euch ich will dass ihr genau so es haben könnt wie ihr es wollt zum Beispiel die Stimme oder so jetzt gerade so gut verbessern gebt mal ein bisschen eine Stimme wenn ihr irgendwelche ja Tipps habt könnt ihr das gerne jetzt einfach mal mich angeboten zusammen zu reden und 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 ja äh ruhig sicher und gut gerade da sie dann muss ich ja ne Gefestungen möchte ich weiss jetzt gar nicht weiss eine tibet hey ich könnte diese rote stratt ich weiß jetzt gar nicht wie es heiss ich muss dann ein domadosala ist das die rote oder so ich glaube das ist ein tierbeet so ihr könnt mich gerne ein bisschen informieren ich habe es natürlich keine Ahnung im exil in indien hatte dort er hat krachen so etwas das können wir machen dauern ich habe Lust etwas rotes ähm net zu bringen ok vor im bau da habe ich gar nicht da ist vor allem der nein das wir ganz ja wissen wir ja nicht ja ich glaube in partner ich glaube in im tausend oh minus ah das ist der Berg ja und ich kann mal hier auf dem finden ja wir wollen so leben also kühlschrank bauen ähm ein bisschen besser besser also hier sind die also hier sind die cool äh 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 nehmen wir jetzt mal ein ja das ja das ja das ja das ja das das ja das ja das ja das Aber ja, vielleicht ein bisschen mehr dann die Böden verwenden, weil wir weiter... Kann das sein, dass wir... Hier war... Ja, okay, jetzt habe ich... Sehr gut. Jetzt haben wir es gefunden. Nämlich du? Ja, genau dort... Okay, dann... Aber jetzt... Hier am Wald... Also ich bin einfach... Oh, jetzt sind wir... Also... Vielleicht auch Wegfinder... Also Spieldruck... Oder einen Weg bauen... Das sind ja relativ... Also wir haben... Einen Eimer... Erst... Ein Eisen... Ein... 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 Aus... Aus... Eisen... Ein... 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 Training... Ein... 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 leri agric... kann aber auch schaden machen im real life wenn man so ins wasser hüpft vielleicht das auch ein bisschen vermeiden da ist nicht ob ich die alien zwar jetzt auch sagen ja zu weit rein ja genau Ah, ist ja die Geduld. Also Unsädigkeit. Was war ich doch vorher aufholen. Aber es ist nicht. Ich bin aber ein bisschen. Man kann schon keine Sicht. Es ist natürlich perfekt. Augenhaut. Augenhaut. Ja. Also. Was ging? Ist das nicht? Nein. Anwahrscheinlich gar nicht. Was sagen wir? Ähm. Ja. Da müsst ihr wissen. Lass mich einfach ein bisschen. Jetzt gerade momentan. Wenn du. Wann? Das bien. Da hab ich dann einfach. Wann? Wann? Jetzt hab ich den. Wann? Wann? Zufall. Wann? 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 Tufall. kommen die zu gut haben, das ist so ein schädlich aber heißen die kleinen also jetzt haben wir genügend heißen und fangen dann mal an ja sehr gut sehr gut haben es 26 heisen bin ein bisschen los glaube ich nicht gut weil es ist zu heiß andere Nachbarn heizen zu viel in diesem Hochhaus deshalb kann ich nicht schlafen, weil ich zu heiß habe nach dem Fenstorf kam der Wind und der Regen in der Nacht kann man noch nichts machen ist leider so ich bin so gewöhnt leider wir machen das mit dem Ofen weil der Schmelzofen mehr Kohle wir könnten Holzkohle auch machen einfach ein bisschen kann ja auch zwischen ein bisschen meinen die Fresse habe ich noch auch immer die Fresse die 1 die 1 ja so brauchen jetzt auch auch Schwarzen ausbauen noch eine Mischung schwarzen los ausbaue ich schwarzei das ziemlich auch dann empfehle aus stein oder was ich weiß ich möchte jetzt auch nicht gerade so haushält haushält und weppen was dazu so, dann haben wir doch unnötig noch echt immer noch an die zwischen also wir brauchen machen wir gleich mal wir machen dann eine light und 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 ich finde die explodieren zu schnell also die machen gar nicht so lange bis sie explodieren irgendwie haben die we're bounden Fangen wir in 92 Bäume. Also, wir haben jetzt... Also, das wird so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich meine immer das Gegenteil der Richtlinie. Wahrscheinlich habe ich irgendwann komisch nicht finde. Ich habe eigentlich eine relativ gute Summe Abo. Also, wenn ihr zu intelligent seid, wenn ihr zu gut denkt, dann seid ihr einfach unkonzentriert. Nella hat auch ein bisschen... Ja? Dann hier. Brand. Aua! Aua! Oh, Eisen. Eisenbauer noch. Komm. Einen Eisenbauer. Dann machen wir doch mal hier ein... Boxen. Binder, Minecraft. Arbeitse... Breinbauer... Binder, Minecraft. Könnte man Minecraft weniger arbeiten? Keine Ahnung. Ja. Wenn ihr den Block natürlich eh beerdig macht, zum Beispiel hier von Monsters auch. Jetzt habe ich eben diesen Versteck. Cool. Wunderbar. Also. Ich möchte dieses Achievement. Können wir mal kurz schauen. Das ist ja mega schwer. Ja. Vielleicht. Ja. Die Kontome tun eigentlich. Ja. Gegen oder eben. Das wird schwer. Aber das machen wir. Ja. Triff ein Wesen mit einem Teil. Also es geht nicht mit Teil. Wie die Challenger. Das wird aus 50 Blöcken entfernt. Ja. Also. Der Plan ist natürlich jetzt. Hm. Ich bin aber jetzt nicht. Was ich möchte. Dann bin ich dran. Ja. Ich bin dran. Okay, cool. Jetzt möchte ich weiter, hier, ich möchte vielleicht den Boden auch lassen, einen Halbstep, hier, gibt auch ziemlich schön aus von der Seite. Machen wir uns. Vielen Dank. Wir machen hier. Hm. Oh. Da ist nicht jemand. Autoschaft. Ist das schon nett. Einfach weil er natürlich. Ja, das ist. Ja, das ist. Ja, das ist. Ja. Das ist. ja ja mangel nein ein kräft und dann können ja gut so wunderbar also hier aus 2 als nächstes vom nächsten part was an ab 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 Dankeschön fürs Zuschauen. Arsla. Tschüss.